Servus Leute, wir sind Janik und Katja. Gemeinsam mit unserem Hund Nacho starten wir unser bisher wohl größtes Abenteuer. Sechs Monate lang wollen wir mit unserem Offroad Camper die Natur und die Freiheit beim Wildcampen entdecken. Mit unseren Videos wollen wir unvergessliche Erinnerungen schaffen. Nicht nur für uns, sondern auch für jeden, der uns auf unserer Reise begleiten möchte. Jeden Sonntag erscheint ein neues Video, also abonniere unseren Kanal, um keines unserer Abenteuer mehr zu verpassen. Bis Sonntag! Bis Sonntag! Und immer dran denken, willst du Overland reisen, muss Treibstoff durchs alte Eisen.